Ich glaube, ich kann langsam mit dem Kriechen aufhören, aber ich habe halt echt immer die Angst, in den nächsten Stolperdraht zu rennen oder in die nächste... Joseph? Er ist wieder da. Er ist wieder da. Jetzt geht gleich alles Ape-Shit. Tua! Habt ihr das gesehen? Wie astrein ich die Dose eingelocht habe. Das ist ja Wahnsinn. So ganz nebenbei. Schaffe ich das nochmal? Achtung. Zielen. Warte, warte, warte. Ne, die fliegt nicht mal ansatzweise so weit. Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Ist da was drin? Hier!